Hallo YouTuber, ich wünsche Gmahn, so weiss ich jetzt nicht als Sündig, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag und das Geläute habe ich für dich ausgewählt Speziosa, Johannes, Petrosa und Magdalena. Wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich eine Brille. Ich sehe auf dem linken Auge nur noch 15% und auf dem rechten Auge noch 80%. Dafür sehe ich jetzt die Glocke. Die Glocke Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020